Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Seit das iPhone 12 rauskam, war es eigentlich mein Hauptgerät. Ich habe zwar hin und wieder mal geswitcht und das iPhone 12 Mini mal ausprobiert oder auch das 12 Pro Max, aber in diesem Smartphone ist eigentlich auch meine Haupt-SIM-Karte drin. Das ist das iPhone 12 Pro und obwohl auch in den letzten sechs Monaten eine ganze Menge spannender Android-Smartphones rausgekommen sind, bin ich mit dem hier sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube auch, dass es nach wie vor eine wahnsinnig gute Empfehlung ist. Und warum genau, erfahrt ihr in diesem Video. Also, los geht's! Zunächst einmal möchte ich das einfach mal kurz klarstellen. Das iPhone 12 Pro ist eigentlich keine Empfehlung. Dafür ist es einfach wahnsinnig teuer. Aber das iPhone 12 hat in diesem Jahr einfach so viele Gemeinsamkeiten mit dem 12 Pro. Es hat dieselbe Performance, es hat dieselbe Aussehen, dasselbe Display, dasselbe Gehäuse. Nur eben bei der Kamera hat es ein paar Einschränkungen. Dafür hält aber der Akku ein bisschen länger und ist aber deutlich, deutlich günstiger. Und das ist eigentlich genau das iPhone, das ich jedem empfehlen kann. Ich bin auch der Meinung, wenn ich kein Technik-YouTuber wäre und mir nicht ständig immer einreden würde, ich brauche das Beste und High-End-Gerät, was auch immer, dann würde ich nicht das hier nehmen, weil es einfach zu teuer ist, sondern auch das iPhone 12. Ich habe mich am Ende tatsächlich nur wegen der Farbe dafür entschieden. Die Performance und auch die Kamera brauche ich nicht. Aus diesem Grund werdet ihr in diesem Video öfter auch mal Aufnahmen vom iPhone 12 sehen, als auch vom iPhone 12 Pro. Aber im Grunde ist das nur eine Empfehlung, wenn Geld keine Rolle spielt. Erstaunlicherweise war auch das iPhone 12 Mini bei den wenigsten irgendwie erfolgreich. Auch das habe ich eigentlich mal benutzt, aber nach einer kurzen Phase wieder weggetauscht. Doch nun, nach sechs Monaten stellen sich auch viele einfach mal die Frage, ob man jetzt ein iPhone 12 kaufen sollte oder vielleicht warten sollte auf ein iPhone 13. Und diese Frage kann ich euch eigentlich relativ einfach beantworten. Wartet nicht! Der Preis für das iPhone 12 ist aktuell so, naja, so erschwinglich in Anführungsstrichen, obwohl es noch viel Geld ist, aber dafür bekommt man ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Smartphone, das euch die nächsten Jahre auf jeden Fall ausreichen wird. Hier drin ist Apples schnellster und bester Prozessor drin, genauso wie die beste Kameratechnologie. Aber zum allerersten Mal wird jetzt in einem iPhone-Kauf kein Ladegerät mehr mitgeliefert. Und deshalb habe ich auch im Unboxing-Video damals auch schon ein paar Ladeadapter gezeigt. Und ja, dieses Video ist nicht gesponsert, aber es ist super einfach für mich, weil ich einfach die Geräte sowieso schon länger benutze. Die sollten eigentlich das Video hier sponsern. Naja, aber ich empfehle es euch trotzdem, weil natürlich habe ich mir nicht Apples Original-Ladeadapter gekauft, weil der ist einfach nichts Besonderes, aber die kleinen Dinger hier sind deutlich günstiger und damit bekommt man jetzt das iPhone 12 in wenigen Minuten bis zur Hälfte voll, sodass es einfach wahnsinnig gut ist. Und das ist jetzt zum ersten Mal richtiges Quick Charging. Und deswegen verlinke ich euch das Ganze mal unten in der Videobeschreibung. Ich bin nicht der erste YouTuber, der das in die Kamera zeigt, weil die Produkte sind einfach wirklich gut und super einfach zu empfehlen. Checkt es also gerne mal aus. Außerdem möchte ich an der Stelle noch sagen, ich habe in den letzten sechs Monaten tatsächlich immer, immer nur entweder Fast Charging oder Wireless Charging genutzt. Und das sind eigentlich genau diese zwei Dinge, die eigentlich schädlich für den Akku sind. Dennoch möchte ich auch mal hier kurz zeigen, dass der iPhone-Akku nach wie vor oder der Zustand immer noch bei 100% ist. Und das ist meine Ansage. Das heißt also, der iPhone-Akku bei meinem 12 Pro ist immer noch wie am ersten Tag. Er hält immer noch super lange durch und ich habe überhaupt keine Probleme damit. Und das möchte ich deswegen so betonen, weil das weder im letzten Jahr beim iPhone 11 Pro noch im Jahr davor beim XS der Fall war. Da war nach vier Monaten etwa schon, hatte ich nur noch 91% oder irgendwie in die Richtung. Und jetzt nach sechs Monaten, wo ich das Gerät jeden einzelnen Tag nutze, immer noch wie bei Auslieferungszustand, das ist schon mal eine Ansage und es ist jeden Cent wert. Ich habe übrigens auch genauso ein Video wie das hier, also iPhone-Zustand nach sechs Monaten, auch letztes Jahr beim iPhone 11 Pro gemacht. Und im Vergleich zu damals sieht das iPhone 12 Pro deutlich unversehrter aus. Ich habe keinerlei Kratzer oder Sonstiges auf dem Gehäuse und das hätte ich eigentlich damals beim Auspacken nicht gedacht. Aber ich bin jetzt auch kein wahnsinniger Freund von irgendwelchen Cases oder sonst was. Die machen die Handys immer nur ein bisschen dick und geben mir zu. Also das Aussehen war mir bei dem iPhone einfach wahnsinnig wichtig. Ich finde die Farbe cool und deswegen möchte ich es ja auch sehen und verstecke es nicht hinter einer Lederhülle oder so. Ich habe kurzzeitig eine von Mujo mal benutzt, vielleicht zwei Wochen, aber ansonsten mal vielleicht anderthalb Monate eine von Pitaka genutzt. Die sind auch cool, verlinke ich euch gerne mal. Aber ansonsten habe ich eigentlich nur von Tag 1 eine Panzerglasfolie drauf. Das ist keine Werbung, ich weiß nicht mal von welcher Firma die gerade war, aber es war mir dann doch zu viel Geld für das, dass dann das iPhone vielleicht Kratzer bekommen sollte und ich das jeden Tag sehe. Also Panzerglasfolie drauf, ansonsten ist da nichts drauf. Ich habe aber weder Kratzer noch sonstige Schrammen da drauf oder sonst was. Und das iPhone sieht einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut und unversehrt aus, trotz nach sechs Monaten jeden Tag Nutzung. Überrascht war ich übrigens auch von der Kamera. Ich glaube nämlich, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, an dem es ohne weitere Hardwareänderungen gar nicht mehr viel, viel besser werden wird. Ich glaube, der Sprung zu einem iPhone 13 wird entweder nur mit einer krassen Teleobjektiv- oder sonstiges nur besser werden. Aber ansonsten glaube ich wirklich, dass wir an einem Punkt sind, in dem ja dieses iPhone 12 mit der Kamera definitiv die nächsten drei, vier Jahre wirklich extrem gut bleiben wird. Aktuell, auch nach sechs Monaten, bin ich der Meinung, dass die iPhone 12 Kamera zumindest immer noch in den Top 3 bei allen Smartphone-Kameras ist und bei manchen Disziplinen sogar die allerbeste. Die Farben sind absolut gut, die Schärfe ist absolut der Hammer. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr gerne Fotos macht oder hier mal einen Schnappschuss machen möchtet, dann ist es natürlich wahnsinnig empfehlenswert. Die Low-Light-Performance ist besser als in jedem anderen Handy, deswegen kann ich wirklich nicht klagen. Ich glaube, wenn ihr bei einer Frage zwischen dem iPhone 13 oder dem aktuellen 12 bei dem jetzigen Preis, schnappt euch das Smartphone, es ist wahnsinnig gut. Das iPhone 12 ist besser als die iPhones davor. Mit dem Release des iPhone 12 kam auch MagSafe endlich heraus. Das Einzige, was ich eigentlich wirklich nutze, ist ab und zu mal so eine Hülle, aber ansonsten nur noch diese Halterung. MagSafe hat Vorteile, wobei im Moment solche Zubehörartikel extrem teuer sind, wie ich finde und es wohl noch ein bisschen dauert, bis es wirklich geile Sachen gibt, die erschwinglich bleiben. Unterm Strich möchte ich einfach jetzt an der Stelle nochmal betonen, ich bin der Meinung, dass dieses iPhone 12 besser als die iPhones in den Vorjahren waren. Das meine ich, ich meine damit zu dem Zeitpunkt, als das iPhone 11 rauskam oder das 11 Pro und so weiter, das hier ist deutlich, deutlich besser. In der Vergangenheit hatte ich immer wieder das Bedürfnis, hin und wieder vielleicht mal auf ein Android-Smartphone zu wechseln, mal gucken, was können die denn so besser. Und das habe ich in diesem Jahr gar nicht. Ich finde auch, dass die Farbe immer noch super frisch und hochwertig aussieht. Die kantige oder das kantige Design war wirklich so das i-Tüpfelchen aktuell. Klar würde ich mir wünschen, dass die Notch vielleicht ein bisschen kleiner wird, aber ansonsten ist das iPhone 12 eine absolute Empfehlung. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Falls ihr das übrigens anders seht, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, weil das würde mich wirklich interessieren. Aber ich bin ein Fan, ich hoffe, dass der Preis noch ein bisschen sinken wird, dann könnte ich auch das iPhone 12 Pro empfehlen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Das war es von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya! Bis dahin, bis dahin, bis dahin.